Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands, da haut er mir einfach voll in eine Anmoderation, alter Schede ey. Ich glaube der Zero, der hat in letzter Zeit irgendwie, weiß ich auch nicht, zu viel Selbstbewusstsein, aber macht ja nichts, dafür lasse ich ihn hier jetzt nicht raus und laufe dann einfach zu Fuß weiter. So, und jetzt weil er ausgestiegen ist, steige ich schnell wieder ein und haue ab. So, wir waren jetzt gerade dabei, das Waffenlager zu zerstören, waren wir da nicht schon mal? Äh, ich glaube das sind andere Waffenlager. Alter, das ist nicht dein Ernst, es ist einfach nicht dein Ernst. So, ich guck nochmal kurz auf die Karte, wo müssen wir hin? Ja, wir müssen da unten hin, okay, wir müssen da immer rumfahren. Oh, und ich fahr daneben. Alter. So, wir laufen, würde ich sagen, oder? Ja, scheiße, ihr ist auch falsch. Du bist ein Arsch, Alter. Ja, ich bin zum Schütz eingestiegen, geil. Wow, 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 was ist das? Was ist das? Oh, weg hier. Wieso macht die nicht kaputt, oder was? Äh, die haben mein Auto gerade gut gedamaged, ja? Da war ein knallharter, da war er. Aber ich hab ihn umgebracht, keine Sorge. Okay, schön. Okay, okay. Oh, er hat ne, äh, ne Panzerfaust verloren, die 500 Schaden macht mal 5. Äh, ja, ist klar. Ist so. Ja, ja. Würde ich dich jemals anlügen, ich bitte nicht. Nein, du doch nicht. Irgendwer will mich da schießen. Na? Oh, das liegen Schütze. Schon wieder diese Vögel, die haben mich verfolgt. Nein, mein Auto ist kaputt. Nein, ich bin tot. Ich glaub's nicht. So, jetzt häng ich hier fest. Klasse. Ja, super. Nein, mein Auto ist kaputt. Oh Gott, ich bin halb tot. Du machst das schon, ne? Ich seh nix, ich seh nix. Das ist nicht mein Problem. Ich bin halb tot. Wo, wo sind's, wo sind's? Da, da ist einer. Der ist jetzt schon wieder weg. Ich, ich seh nix, ich bin tot. Oh. Ich kam genau eine Sekunde zu spät. Ich hatte gerade mein Schild hier aufgeladen und dachte immer, ich helf dir mal. Aber du. Alter, ey. Was? Boah. Oh Gott, nein, ich esse mich tot. Hey, ich brauchte den. So, wo ist denn der liebe Zero? Da ist der liebe Zero. Dann fahren wir mal mit dem Auto da drüber. So. Ich wollte dich wirklich wiederbeleben. So. Nein, 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 nein. Den darf er nicht, den darf er nicht. Hat er ihn? Hat er ihn? Nee. Ich wollte dich wirklich wiederbeleben. Ich wollte dich auch gerade wiederbeleben, aber er ist ins Auto eingestiegen. Ja, ja, ja. Das tut mir echt leid. Ja, 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 am Arsch. Das merk ich mir. Warum geht denn das Ding nicht kaputt? Obwohl ich da draufstehe. Hast du jetzt mein Auto geklaut? Du Bämmer. Was kaputt los? Das Ding geht nicht kaputt. Doch, jetzt. Okay. Ist da noch mehr? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, auf der anderen Seite. Ach, genau. Auf der anderen Seite. So, aber über die Brücke rüber. Über das Rohr. Ja, ich lauf einfach. Einfach hier lang. Und hoffe, dass ich hier hochkomme. Natürlich nicht. Ja, du läufst da lang und dich auf den richtigen Weg. Du läufst da lang, ja? Okay, okay. Ja, ich versuche es jedenfalls. Es wird nicht funktionieren. Es funktioniert nicht. Das war so klar. Ich muss doch hier hoch. Hier vielleicht. Nein. 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 Och, Mann, oh. Oh, ich bedien mich immer so lange, ne? Ja, ja. Mach du das mal. Du machst das schon. Papa Zero macht das. Ganz genau. So, dann lauf ich mal auch wieder zurück. Und dann da lang. Und dann, naja. Hoffe ich, dass ich noch ein bisschen was vom Loot abkriege. Was ich nicht, ja. Also, was ich bezweifle. Oh, Kiss. Oh, ich weiß nicht. Wird hier schon gut penetriert. Dann muss man so. Immer schön in den Kopf rein. Komm ich hier hoch. Ja, ich komm hier hoch, aber nicht rein. Alter, was ist denn los? Siehst du, ich wollte eigentlich meinen Monitor heller stehen. Zwischen den Folgen. Aber das hab ich vergessen. Verkerkt. Jupp. Das gibt's nicht. So viel zum Thema verkackt. Ja. Wie ist der gestorben? Achso, dein Geschütz. Dein Geschütz hat mir gerade den Kehl geklaut. Das ist unglaublich. Das macht ja nichts. Hier guckt ein Arm aus dem Boden. Ja, die gehört so wahrscheinlich. Okay. So, wo hast du jetzt die Kiste gesehen? Wo hast du dich schon aufgemacht? Achso, geht nicht mehr kaputt. Äh, nee. Die Kriste hab ich hier oben gesehen. Von unten sozusagen. Hier oben. Hä? Ich hab die doch draußen hier oben irgendwo gesehen. Bin ich jetzt doof? Ich war der Meinung, ich hab die hier irgendwo gesehen. Boah, hab ich nie gesehen. Äh, wo hab ich die gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Boah, hab ich nie gesehen. Oder war das nur hier so ein Waffenlager oder sowas? Bin ich jetzt doof? Eine Antwort, bitte. Hä? Wo standest du denn genau? Und wo hast du hingeguckt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich bin der Meinung, ich war hier unten irgendwo. Wo war ich denn? Ich war hier unten. Hab ich von hier geguckt? War der Meinung, die war da vorne auf der Ecke. Virus tut mir leid, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Keine Ahnung. War wahrscheinlich keine. Ja, aber das war irgendwie nur so ein Waffenlager oder sowas. Ah, kann sein. So, wir müssen noch Beweise finden. Wir liegen da drüben auch noch irgendwo. Angeblich. Komm noch mal rüber. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ach, Beweise. Ich hab doch eine Kiste gesehen. Ich bin doch nicht doof. Wahrscheinlich hast du irgendwie so einen Schrank gesehen, der ein bisschen grün geleuchtet hat. Das war's. Das kann sein. Das sah aber eigentlich eher wie so eine Flachkiste aus. Also so eine große, flache Kiste. Die Lootkiste oder was? Ja, ja. Eigentlich schon. So, Beweise. Beweise, Beweise, Beweise. Wo sind die Beweise? Hier sollen sie drin sein. Hä? Hast du? Oder soll ich kommen? Da hast du. Ja, die lagen anscheinend unter der Kiste. Keine Ahnung. Ich hab sie wohl durch die Kiste durchgenommen. Ähm, dann haben wir noch eine Quest hier. Ähm, ähm, ähm. Wir sind ja West, ne? Ja. Müsste das jetzt die, äh, Quest sein? Genau. Oder müssen wir ganz, 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 dann müssen wir ganz weit zurück. Ganz weit zurück. Jetzt häng ich fest. Jetzt häng ich fest. Ich drehte. Alter, was ist denn los hier heute? Nee, mit dir fahr ich nicht. Das halt nicht. Ja, viel Spaß mit den Gegnern. Och nö. Du wolltest ja nicht mit, ne? Cool. Ach ja, das sind Geschütze, ne? Denk dran. Was sind Schützen? Was? Mein Auto ist fast kaputt. Ich bin gegen ihn fast gefahren. Heilige Scheiße. 100 HP gehabt von meinem Auto noch. Oh Gott. So. Och, hier ist gleich mal eine Lootkiste. Mal sehen, äh, ne Schrotflinte? Ja, Schrotflinte ist... Was zum Teufel? Schrotflinte ist jetzt nicht, äh... Ach so. Oh Gott. Das ist ein knallharter Schläger mit einer Schrotflinte. Alter, Alter. Da war noch eine zweite Waffe drin, in der Lootkiste, aber ich konnte jetzt nicht gucken, weil ich tot war. Ja, ich, äh, bin auf dem Weg. Oh, noch eine Lootkiste. Ich hab die Knallharten alleine erledigt. Damn. Das ist, das ist gut. Nein, nicht schießen. Nein, wer bist du? Ach man. Habe ich dich jetzt verpasst oder? Wo bist du? Wo bin ich denn jetzt? Sag mal, was ist denn los hier? Muss ich doch hier durch? Ach, hier bist du ja doch. Oh. Jo, ich habe das hier alles im Griff. Hier ist noch eine andere Sniper. Wenn du die haben möchtest. Ja, ich komme mal. Hier sind wir noch zwei Schrotflinten drin. Jetzt kannst du mal aufhören, ich habe zu schießen. Wo bist du? Gottverdammt. Oh, da liegt eine lila Waffe. Lila eine Waffe? Das ist großartig. Mehr Jack. Ach so. Hier war ein Boss. Hast du einen Boss überfahren? Kann das sein? Das ist sehr gut möglich, ja. Ich bin einfach voll reingeballert. Meine Güte. Die Schüsse sind zu grausam. Und die Waffe ist lustig. Schau dir mal die Schüsse an. Feuerwerk! Wo ist denn hier jetzt eine Waffe, was du gesagt hast? Äh, hier rechts rein. Hier rechts rein? Hier? Und dann? Da liegt noch eine Sniper. Ach hier. Die andere habe ich genommen. Die ist cool. Okay. Explosionsschaden. Cool. Da wird immer noch Feuer schaden. Ach, hier oben warst du auch schon. Ja, dann haben wir ja tatsächlich die Quests auch schon. Ja, du warst ja nicht da. Ich habe alles alleine gemacht. Gut, du hast den Boss überfahren, aber... Ja. Den Rest habe ich gemacht. So, äh... Rust Cummins East, ist das ein neues Gebiet, oder? Ist ein neues Gebiet, ja. Ja. Wollen wir da die noch machen, oder? Äh, schwarzes Brett gefunden. Das heißt, wenn wir da jetzt hingehen, äh, suchen wir einfach nur noch einen neuen Quest. Ach so. Ähm... Ja, dann hätten wir eigentlich nur noch Chrom's Canyon. Ja, mach mal. Klar, so, ich habe jetzt einfach mal die erste Quest davon ausgewählt. So, wo müssen wir lang? Hier lang, ne? Ich gucke mal so lange auf die Karte. Juhu! Ach, wir müssen nach oben, okay. Nein, da nicht, da ist eine Sackasse. Das ist eine Sackasse. Da ist auch eine Sackasse, genau. Also... Wenn du gegen die Wand gefahren bist, ne? Hier, hier, hier? Und da, äh, andere Seite, andere Seite. Nein, falsch, falsch. So. Da lang, genau. Hervorragendes Navi. Dann nimmst du die nächste rechts. Nicht da runter? Hm, okay. Das ist doch rechts gewesen. Ja, ja, ich dachte nur da runter jetzt vielleicht, weil das jetzt so aussieht, als ob es rechts von uns ist. Ach, hier jetzt rechts, oder was? Kannst du auch fahren, ja. Aber da hinten hättest du auch runter gehen können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Ja! Kommen wir nicht vorbei, ne? Nein! Und ich sag auch noch, die nächste rechts. Hier runter? Nein, das kann nicht sein. Links rein, ja. Links. Jetzt, links, genau. Jetzt fährst du geradeaus. Da ist, genau, genau. Da ist geradeaus. Ja. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Rechts. Rechts, scharfe Kurve, rechts. Dann müsste eine Brücke sein, oder so. Ja. Ja. Haben wir es doch geschafft. So, ab in Rust Commons East. Hammer! Dann ist das hier. Oh. Dann können wir auch gleich zum schwarzen Brett, weil es gleich hier um die Ecke ist. Jo. Rechts halten. Rechts, rechts, rechts! Rechts. Ach so, ja, ich bin gerade zu der Quest gefahren, Entschuldigung. Äh, hier hoch, oder? Ähm, warte, ich guck mal kurz außerhalb der Map. Äh, ich glaub nicht, nein. Du weißt doch nicht, rechts? Ach da, ah, okay, da, genau, doch, rechts. Alles geradeaus, geradeaus, immer geradeaus. Immer geradeaus. Da, jetzt ein Wandel gekommen. Wir haben eine Aufgabe erfüllt. Hast du die Blöwe fahren, oder was? Weiß es nicht. Hä, 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 hä. So, schon haben wir den Schnellreisepunkt. Sehr schön. Wir haben noch ein paar Trüchen drin. So, damit sind wir eigentlich aus New Haven draußen. Ab jetzt ist das hier unser Gebiet. Oh. Middle of Nowhere Überprüfung. Alter. Äh, hier gibt's ne lila, ne SMG im Laden. Nicht? Ich luke mal nach. Was war das? Das wär ich. Äh. Vergleichen eh. Äh. Der ist recht gut, ne, aber teuer, ne, teuer. Hab jetzt gar nicht auf den Preis geachtet. Ja, 80.000 ist jetzt nicht so krass, ne, aber... Ja, gut. Ich, ich... Meine Waffe ist fast genauso gut, fast. Also, es lohnt sich nicht wirklich. Ja, gut, dann lohnt es sich wirklich nicht. Huch, wer bist du denn? Oh, ich hab mal was abgegeben. Achso, du hast es schon erledigt, okay. Ja, hier war so ein Typ. Ähm, und wir haben ne Classmod bekommen. Ich jedenfalls. Hohe Geschwindigkeit und Girlpower. Schon wieder Girlpower. Bezeichnen, du scheiß Girlpower. Und wir kriegen auch gleich ne neue Quest. Die hab ich jetzt auch gleich mal... ...genommen. Sicherung für schwarze Brett, heißt sie. Jo. Weiß jetzt zwar nicht, was wir da machen müssen. Das schwarze Brett aktivieren. Aber... Achso. Ich wollt gerade... Gott, bin ich doof. Wollst du dein Geschütz werfen? Hast du richtig gut gemacht. Ich wollt ins Inventar gucken. Ähm... Die Classmod mal angucken. Ja, mir gefällt... Ja. Mir gefällt das mit der... ...äh... 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 Generation noch ziemlich gut. Bei der neuen, die ich jetzt bekommen habe, da ist halt nur... ...nur in Anführungszeichen sehr viel Verteidigung drin. Schnellladung, Unfallstation, Verteidigung... Ah, nee. Ich behalte noch meine jetzige. Und der Zero ist schon wieder abgehauen. Das gibt's doch gar nicht. Ich brauche Erfahrung. Wo hast du denn das Auto jetzt herbekommen? Achso, das hast du jetzt... Das wird deins. Alter. Das heißt, du hast das Auto genommen und bist jetzt einfach abgehauen, ja? Nein. Ich hab das Auto genommen und dachte mir, äh... Der, der Tau, der braucht ja sowieso noch eine Weile. Ich fahr schon mal vor. Achso, das heißt, ich renne jetzt hinterher, ja? Würde ich mal annehmen. Okay. Nett. Oh, ich seh gerade, du stirbst. Jedenfalls bist du kurz davor. Nee, ich sterbe nicht. Achso, okay. Sowas kann ich gar nicht. Okay. Ach, ja. Schön, die Landschaft hier. Der ist so gemein. Freunde, der ist so gemein, der Zero. Der ist immer so gemein zu mir. 2000 Erfahrung for free gerade bekommen. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Nein, du hast aber auch wahrscheinlich auch bekommen. Nö. Ja, das ist Pech. Also Freunde, ich würde mal sagen, alle mal bei Zero auf den Kanal gehen und einfach mal disliken. Da kommt 2000 Erfahrung und ist ja nix für unser Level. Ist vielleicht ein Cent-Stück. Ja, ja, natürlich. Aber ne, ein Cent ist auch ein Cent. Feintree macht auch Mist. Du hast sowieso mehr Erfahrung als ich. Von daher, alles gerechtfertigt. Alles gerechtfertigt, mein Freund. Okay. Wieso brauchst du denn so lange? Och. Wenn du XP sammelst, sammle ich auch XP. Bei mir ist hier gerade so ein schnellharter Schläger runtergekommen. Den mache ich gerade mal defekt. Oh Gott. Ich bin hier nur im Kreis rumtanzen. So ne Schleimviecher hier. Ich wette, du hast die besseren Gegner. Oh Gott, jetzt stimmt doch endlich mal. Mann. Was sind die nervig. Gott verdammt. Da lebt ja auch immer noch irgendwas. Aber jetzt, raus aus meinem Gesicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Bist du am Brecken? Ja, ich bin tot. Ach, Tau, Tau, Tau. Hier ist so eine sichtbare Wand. Ich komme nicht zu dir. So, da bin ich wieder. Okay. So, eine Batterie muss ich noch finden. So. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Müll. Müll ist immer gut. Ja, war jetzt nichts, äh, super tolles. Gott verdammt. Wo kommt ihr alle her? Die scheiß Schleimviecher, die regen mich so auf, ne? Ein Brandartefakt. Jetzt krepiert doch allesamt, alter. Da bist du. Scheiß Viech. Oh, was bist du denn? Ich glaube, ich habe sie jetzt alle. Ich glaube, sie sind jetzt alle tot. Gott verdammt. Wo hängst du da hinten rum? Äh, Tau? Ja, ja, was denn? Ich stehe gar nicht auf der MIP. Doch, jetzt ziehe ich dich. Echt? Wo denn? Ach, bei mir drauf. Voll so eine Warsche, Alter. Ah, ich wollte gerade ins Inventar gucken. Ähm, ja, ich habe nochmal ein Brandartefakt gefunden. Für mich. Das finde ich ganz cool. Ich glaube nur nicht, dass ich es benutzen kann. Warum? Das ist schade. Naja, weil, äh, ich schon eins habe. Äh, besser. Besseres. So, jetzt können wir das Schwarze Blatt benutzen und kriegen nochmal eine Milliarde Quest. Eine Milliarde ist natürlich gut. Äh, wo sind denn jetzt die Läden? Hier gibt es keine Läden, glaube ich, oder? Aber doch eben auch. Ja, da hinten, da hinten. Ach, hier hinten, ja. Stimmt. Beim schwarzen Brett. So, ich wollte nämlich mal gerne ein bisschen was verkaufen. So, ich muss schnell die wir da in sie alles überwagen. So. Achso. Oh, in 20 Sekunden gibt es übrigens wieder was Neues. Und, äh, wie sieht es denn jetzt aus? Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Ich weiß nicht. Äh. Wir müssen, glaube ich, erstmal die Spider-Hands töten für Hudson. Ja, das hört sich gut an. Na, ich würde aber sagen, das machen wir wieder in der nächsten Folge, oder? Ja, du stinkst. Alter, ey. Was? Das sah gerade so aus, als ich dich abgeschossen habe. Tut mir leid. Ich gehe jetzt mal, äh, weiter. So, und was ist mit dir? Ja, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns an einer neuen Folge morgen wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss.